Er ist Nilsson vom Dach, oder wie hieß er? Karlsson vom Dach? Karlsson vom Dach Karlsson ist er Karlsson vom Dach ist der Flash Bum bum What you gonna do, what you gonna do with the bomb for you's Komm, das Level ist doch schön Wenn man sich nicht zu blöd anstellt, ist das eigentlich relativ einfach Aber da ich mich ja gerne im Bild anstellt Ja Weißt du ja Na? Das sagtest du ja Ja Falls ja auch stimmt Guck mal, wenn du jetzt oben dran springst Geht doch Lauf Aber das er den ich töte, den anderen Donkey Kong, ne? Ja Das war mir egal 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 Ist mir egal Ist mir egal Ist mir egal Safe Wey Das war Kinderpider Da wurde ich grad verarscht Da wurde ich grad verarscht Kuss auf RIN Tag Alles Scheiße Ja, da darfst du das nicht machen Doch Ist doch Weil der dich so an den Fittichen haben will What? Hast du Glück gehabt, dass du tot warst Geiße Nein, danke, ich habe verloren das Zendos, da war noch ein Fass, ne? Das ist immer wenn man so schnell springt auf einmal, man will das ja 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 Na, was geht ab? Was geht ab, Propellerkorb? Ich habe also nicht Ich muss gegen den Propeller schmeißen, ne? Ja In sein Arsch In sein Arsch In sein Anus Das sieht so behindert aus, ich weiß Das ist so richtig zum Lachen, ne? Anus Anus Ich will immer da drüben springen Da will ich da drüber springen Das fast man will und ich noch an den Kopf werfen will Ja Anus 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 Behindert Nee Anus ist das Behindert Anus Bist behindert Nee Nee All what you need is my love Love you? Mhm Ja, ich dich jetzt nicht, ne? Ich auch nicht Tod Wo war noch ein Fass? In dein Kopf? Fick dich Nein Nein Runter Fuck Warum lässt du nicht los, wenn man das will? Ich habe Angst, Mama Würde ich auch zurecht haben jetzt Ah Bock, 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 bock Hallo, Donkey Pass auf Ey, ich habe einen Spring gedrückt Was soll denn rotz? Das wiederholt sich ja öfters Wow Das war knapp Wow Kann ich endlich mal Ende sein? nein gleiche sender warum sprich ist nach oben ich weiß nicht so hast du dich mit einmal ich glaube da war sogar ende ja weil das da die wollten gegen nach der schafften siehst du es war ja jetzt nichts mit dem fass ne klar ist schlimm ich muss das erst holen du bist einfach behindert ne wie war es klar ich weiß auch nicht warum oh mein gott eben hast du es auch anders gemacht als er wieder weg gegangen ist da will ich ja nicht so fort haben oh mein gott die alte bewährte taktik nehmen alte bewährte taktik aber aufheben und gleich treffen musst du eh das andere kann ich weiß okay verzeig abfass für dich ab 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 der fad auch immer viel zu viel 连 Und es ist immer wieder das erste Fass, ich hasse es so, ne? Ich glaub, da bist du ein bisschen zu früh gesprungen, kann das sein? Ja. Äh. 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 Ich hab eigentlich noch. Weiß ich nicht, 4 oder 5? 4. Aber viele konnten es nicht mehr sein. Ich hab gekleckert. Wo hab ich gekleckert hier? Von dein Kopf? Nee. Doch. Egal. Macht nichts. Oh nein, auf welchem Kabel stehe ich? Okay, auch noch interessant. Oh, interessant. Blip. Ich komm mein Teller hier noch hinstellen, mach jetzt erstmal krach. Das ist zu. Teller bitte nicht runterfallen. Die brauch ich noch morgen. Am nächsten Tage auch. Machst du den Teller? Ja. Ja, wenn er gespült ist. Nee, glaub ich dir nicht. Nein, ich behalte ihn so. Ich lass den Ketchup mal da drauf, den könnte ich ja nochmal noch gebrauchen. Da ist ja noch ein bisschen was drauf. Wenn es jetzt nicht viel ist, aber ich kann ja noch gebrauchen. Wenn er ein bisschen einen grünen Flaumern setzt. Nein Gott. Dann schmeckt der jetzt recht gut. Ja klar. So ne richtige schöne Note hat er dann. Dann gibt er noch so ne schöne, würzige, cremige, weiche Note. Wie geht. So richtig flauschig. Boah, ich glaub ich würd da kotzen. Ich auch. Aber so richtig Sprühstrahl. Ein Regenbogensprühstrahl. Ja, so. Fuck. Weil er zur Seite ist eben. Ich könnte kotzen. Kann ich runterfallen, ja, ne? Ja klar, siehste. Was sag dich? Bei G's Ende. Paul, und da sterbe ich? Warum? Ja, sag dich doch, G's Ende. Ja. Konfuzius sagt, beruhige dich. Sein Arsch, den treffe ich eh nicht. Ja, wieder, also direkt wieder in seine scheiß Fratze. Ja. Das hast du so nicht. Nein. Doch behindert. Ich weiß, dass ich behindert bin. Ja, behindert. Ja, behindert. Komm, ein kleines Älchen. Flieg. Hopp, 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 hopp ihr seid vögelchen der liebe ein gegrittes vögelchen der liebe ja er macht das aber gerne das sind das ist elektrotitte nein bin ich dumm ja zettel und ein zettel fliegt raus ich hab das ist gerade rausgeflogen ich vermute es aber nur hallo ja was ist ja gut manche kurzen karten ja ich auch gleich leute